Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ja, in der letzten Folge haben wir diese echt coole neue Ausrüstung, diese Armierung. Naja, was heißt Ausrüstung? Es ist eher eine Art Zauber, womit sich unser guter Seray in eine, ja, neue Form verwandeln kann, die auf jeden Fall richtig reinhaut. Bei starken Gegnern werden wir die bestimmte Isse häufig einsetzen müssen. Ja, und da haben wir schon die nächsten. Eine Fletcher Maus. Ich meine, ich hab's irgendwie nicht so drauf. Ja, mach' ja gar nichts. Okay, ich muss erst mal wieder reinkommen, weil ich, ähm, na erstmal wir, ja, ich glaub', das hab' ich mir letztens auch schon mal durchgelesen, äh, weil ich jetzt erstmal wieder Aufnahmepause gemacht habe. Oh, wir können's gerade ausgehen, wir können auch hier lang gehen. Wo würde es sich denn lohnen? Zuerst lang zu gehen, erstmal gerade aus, da geht's nicht weiter. Oh, jetzt sind wir einfach nur eine Etage höher. Ach, hier geht's wieder runter. Ich verstehe. Alter, das war gemein. Wie konnte man nochmal im Kampf sein, äh, weil, da war's nicht mit, hab' sein Gegner wechseln, ich hab' vergessen. Hier kommen wir dann runter, und dann geht's da wieder raus. Ich verstehe. Will ich aber, äh, ich sag' noch gar nicht hin. Da war noch gar nicht alles erforscht. Gibt's noch einiges zu entdecken? Oh, war das eine andere Taste? Ich weiß es nicht mehr. Nee, hä? Von hier sind wir doch gekommen. Oh, das war nicht. Von hier sind wir gekommen, stimmt. Oder? Nee, von hier bin ich gekommen. Hä? Ich weiß nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Ah, okay. Ja, von hier bin ich gekommen, oder? Ja, eine offene Truhe, das bedeutet, hier waren wir schon. Das ist, ich hab' auf einer Pause gemacht, da wusste ich noch nicht mehr, wo genau ich, äh, war. Also geht's jetzt wieder raus aus den Ruinen, äh, beziehungsweise aus der Kanalisation hier. Anstatt die Leiter einfach zu benutzen, springt der einfach runter. Gut, kann man machen. Muss man jetzt aber nicht. Zwangsläufig. Ha, ha, ha. Na, endlich wieder an der frischen Luft. Mensch. Ja, ich bin endlich wieder rausgekommen. Das ist auch gefährlich. Es ist auch gefährlich. Ich weiß nicht, Mikulio. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Entschuldigung. Mikulio ist in der Zeit, mit dem Zurei zu holen. Er ist nicht zurückgekehrt. Er ist nicht so, dass ich mich nicht verletzen kann. Wie soll ich das jetzt machen, Zurei? Das ist ein bisschen schrecklich, Laila. Ich habe das Gefühl, dass ich das mit Alisha verabschiedet habe. Ich möchte das mit Alisha verabschieden. Ich möchte das mit Alisha verabschieden. Ich habe das erste Mal mit Alisha verabschieden. Das ist ein Wunsch von Alisha-Yukari, und das ist sicherlich wichtig. Ich möchte das mit Alisha-Yukari verabschieden. Genau. Ich möchte das mit Alisha-Yukari verabschieden. Das war das letzte Mal. Das ist das auch. Ich möchte meine Alisha-Yukari auch mal fragen. Das wäre gut. Ich muss es in Alisha-Yukari gehen. Ich kann auch mit Alisha-Yukari sehen. Oh, ja. Ich würde sicher, dass du dich umgekehrt hast. Haha, das wäre wirklich gut. Ich glaube, Rai-La, das ist doch nicht so. ihn aus der ruine wieder raus ist sich aber bewusst dass mit leo auf jeden fall und einen anderen weg in die ruine sucht und dann alleine da steht also aber er ist sich auf jeden fall sicher dass ihm nichts passieren wird das ergibt auf jeden fall sind naja davon abgesehen was war das für ein typ im um msiだったかあんにいちゃん さっきは助かったよ本当にありがとう 大したことはしてないよ 俺たちからも礼を言わせてもらうぜ 俺たちはてっきりこいつが先に書いたもんだと思ってたからよ no na あんたもしかして同志じゃねーのか ただものじゃねーと思ってたがなったくだった だすけどもらったれーだこの後面してもどうだい はははまさかわさの同志様と知り合いになれるとはな かちゃんと娘に自慢できるよ あんたもしかしてねーだろうが頑張ってくれよな 俺たちも応援するかよ あんたもしかしてねー あんたもしかしてねー みんなはもっとのみりしてる感じだったし ずっと天族の村で育ったんですかねー 人間はスレイさんを一人で アリーシャに合うまでよねー そうですか あんたもしかしたら それからこれが何か偶然あるけど それが全部あるかもな このちょうど日は 何か戦った方がいい じゃあ あんたもしかした auch schon schon ein bisschen verwirrend dass das sich gerade angesprochen hat dass der rame klio einfach weg schickt weil sich um ihn naja weil ihn schützen will eigentlich aber er weiß ganz genau dass sie nicht ins gas haus geht und ja trotzdem sich in die ruinen begibt er hätten sie sich das auch sparen können und werden sie gemeinsam eingegangen wäre dann für alle beteiligten sicherer gewesen so dann treffen wir uns mal mit edisha es ist es ist es ist Ja, ich danke dir. Das ist das, was du. Du hast dich vorbereitet. Ja, ich versuche, dass ich dir das, was ich zu können. Das ist mein Freund, aber ich würde sagen, dass die Fähigkeit der Präsidenten nicht zufrieden. Es geht gar nicht. Wenn du etwas hast, kannst du dich verabschieden. Ja. Srei! Das war's für heute. Ich bin alles gut, aber ich habe mich überrascht. Ich bin ein bisschen entspricht, aber ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen ein bisschen interessiert, aber ich bin ein bisschen erinnert. Aber es ist auch ein bisschen was ich, was ich habe. Ich habe mich überrascht, was ich auf einem Yachtel gesucht. Ich dachte, ich habe mir das gemacht. Ja, aber... Erstens das! Was ist das? Das ist meine Knife! Ach so, in der Eizuch. Ich glaube, das war die Arishan. Das ist sehr wichtig für unsere Haus. Ich dachte, dass ich nicht mehr zurückgekehrt habe. Vielen Dank, Suley. Ah, bitte. Kannst du in meiner Arbeit gehen? Ich habe es, Laira! Ah, Alisha, ich bin jetzt... Ich habe es gehört, dass Laila die声en ist! Das ist ein驚iger, was ich. Ah, Alisha? Entschuldigung, das ist noch schwierig. Laila? Ich werde es erklären, also bitte mit der Hand. Laila wird es erklären, was du mit der Hand? Kann ich mit der Hand? Ja. Hallo, Alisha. Kannst du dich hören? Ja, ich kann dich hören, Laira. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe mich mit meinem Kraft geflogen. Ich kann mich nicht mehr als ich, wenn ich mich nicht mehr fühle. Ich habe mich nicht verändert, aber... Es war gut. Ich kann mich nicht sagen, wenn ich zu sprechen. Das war so interessant. Ja, aber... Okay, bitte. Genau. Laira hat eine Rolle von Alisha. Für mich? Ich möchte mich für die Kraft geben, um die Welt zu finden und die Welt zu finden. Was ist das? Erstens. Ich muss nicht sagen, dass die Welt der Welt der Welt nicht zu sprechen. Ja, das ist das Problem. Das ist der Grund, was er für die Land zu retten. Aber in dieser Stadt gibt es keine Schmerz, keine Schmerz und keine Schmerz. Das ist der Grund, dass es nicht so gut ist. Ja, wenn man sich auch keine Schmerz hat, kann man keine Schmerz, keine Schmerz zu retten. Entschuldigung. Lila hat mich zu hören, was die Schmerz der Schmerz. Was ist das, was ich? 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 Erstens, was ich? Das ist das, was ich? Die meisten Menschen in unserer Welt sind, dass sie die Dank für die Gäste an. Was ist das? Das ist aber... Das ist, was Blüno. Das ist ein ganzer Mensch. Das ist ein ganzer Mensch. Ich bin ein Mensch. Sieh da einen Zettel hinterlassen. Verbraucht königliches Messer. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, wir haben keine Schlüsse gefunden dafür. Schade. Kommt alles noch. Oh, Miu-Nokono. Ich glaube, dass die Schlüsse nicht so gut ist, aber... Hm. Alicia-san ist ein bisschen Otenba-san, oder? Leider ist bei mir wirklich der beste Charakter bisher. Ich mag Leider. Wieso ist so lustig? Die sind doch richtig, oder? Äh... Heiligtum, oder? Das ist doch da. Oh ja, da gibt es Monster. Da ist er. Drei-Dai-N-D-O-O Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Aber... Was ist das? Er hat einen Gehirn in den Taisen. Er hat einen Mann in den Taisen. Er hat 10 Menschen in den Taisen. Ich denke... Ich denke... Ich denke, wenn ich mich nicht überrascht, dann wird das Wasser verletzt werden. Ich denke... Ich denke, es ist ein Gehirn. Ich denke, dass das Gehirn in den Taisen ist. Aber das ist eine sehr gute Möglichkeit. Aber das ist eine sehr gute Möglichkeit. Genau. Was ist das? Natürlich gibt es eine Möglichkeit, aber... Es ist eine Möglichkeit, dass die Unterstützung der Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten-Zoku ist. Ich bin nicht mit der Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten-Zoku. Mizu-Ten-Zoku... Das heißt, Miku-Ryo? Ich habe noch nicht gehört, aber... Ich habe noch ein paar Mal... Ich habe mich noch nicht zufrieden. Es gibt viele Dinge. Aber ich gehe nach Garafado. Ich werde nicht zufrieden, wenn ich die Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten-Zoku. Ich glaube, wir müssen die Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten-Zoku. Ich möchte mich auch mit dem Mizu-Ten-Zoku. Ich habe keine Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten-Zoku. Aber... Ich habe keine Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten. Ich kann mich nur diese Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten-Zoku auswählen. Ich fellf das, St. Lass. Ich möchte mich für dich für die Mizu-Ten-Zoku für die Mizu-Ten. Ich will mir das so ein großes Wohnungsz Cindy. Das ist mein Leben von Alisha. Ich weiß es, Alisha. Und wie soll ich das? Nach meinem Eingang, ich gebe dir, die Alisha-San von Alisha-San. Ich gebe dir, Alisha-San. Das war's für heute. wasser seraphim ist doch mit leo oder etwa nicht ich kann man da nicht drauf kommt auch mal wasser seraphim wer könnte das wohl sein okay jetzt haben wir alicia mit uns im schlepptau als unsere erste provisorin keine ahnung warum das so heißt ich habe keine ahnung auf jeden fall werden wir uns dann ja in der nächsten folge zu diesem aquädukt begeben wo anscheinend viele hier uns umherstreifen soldaten getötet haben und das wasser verunreinigen verunreinigen mit ihrer bosheit bezeichnet die folge beende weil ich nur stotter und irgendwelche scheiße aber ihr merkt selber deshalb ja ich bedanke mich fürs zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen tag und ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder rein bis dahin ciao